Rund 32.000 Menschen leben im Bregenzer Wald. Die Wälder sind stolz auf ihre Wurzeln, gleichzeitig aber auch offen für Neues. Im Wald wird Tradition und Modernes verbunden. Der Holzbau verbreitet sich stark und hat seine Vorteile. Holz dient seit tausenden von Jahren als Baustoff. Die Nutzung wurde über die Jahrhunderte laufend verbessert. Die Vorarlberger Holzbaukunst dient weit über die Grenzen hinaus als Vorbild. Der Holzbauer in Andelsbuch widmet sich seit 2008 genau diesem Thema. Die Arbeit mit dem natürlichen Rohstoff bringt viele Vorteile mit sich. Also ein Vorteil vom Holzbau ist natürlich, wir ins Holz in der Region, wir müssen nicht weit springen, als wir das Holz haben. Das ist für mich ein großer Vorteil. Die nächsten Vorteile sind natürlich im Holzbau. Wir können Elemente vollfertigen, an großer Vollfertigungsgrad, wo viel in der Halle passiert. Und dann können wir mit den ganzen Elementen auf die Baustelle und können sie in kurzer Zeit aufstellen. Und das ist für uns natürlich ein riesen Vorteil. Darum machen wir eigentlich Holzelemente und sind natürlich da ziemlich schnell. Nachhaltiges Bauen ist hier also das Stichwort. Holz als Baustoff hat auch eine positive Wirkung auf das Wohnklima. Es ist sicher und beständig. Neue Techniken haben auch ganz neue Gestaltungsmöglichkeiten geschaffen, wie die Vorfertigung der Holzelemente. Ja, das ist schon eine Umstellung, wo sich langsam angeschleicht hat und auf einmal explodiert ist, das Ganze. Wir müssen natürlich auch mit dem Zug zusammen irgendwann einmal weg vom Fenster. Und somit haben wir auch eigentlich eine Haldenerweiterung gebraucht, dass wir wirklich die Elemente vollfertigen können und ja auch Wettbewerbs tauglich bleiben. Immer dranbleiben also. Egal wie das Wetter draußen ist, das Team vom Holzbauer ist da. Die Elemente werden richtig eingesetzt. In kürzester Zeit steht das Grundgerüst des Hauses. Der Holzbauer übernimmt hier die komplette Arbeit. Zuerst wird geplant, dann wird gefertigt und aufgestellt. Auch Tischler und Schlosser sind im Team in Andelsbuch. Vorteile haben wir schon gehört. In Zukunft ergibt sich aber noch ein weiterer. Ab nächstes Jahr haben wir, hat die Regierung beschlossen, dass wir eine neue Förderung kriegen, gerade für den Häuslbauer. Das ist das Holz von hier. Da hast du im Umkreis von ein paar hundert Kilometern das Holz beziehen und da bist du eine Fassade machst, dann kriegst du vom Land pro Quadratmeter 25 Euro. Das Wichtigste ist aber auch hier die Leidenschaft. Wir alle miteinander, wir tun das Verhältnis zu gehen eigentlich. Wir leben für den Beruf, den wir haben. Mit Freude bei der Arbeit. Eine Basis, die bei jedem Projekt sichtbar wird.